Hallo, liebe Medjugorje-Freunde, auch ich möchte euch alle recht herzlich zum Medjugorje-Kongress Ende Januar einladen. Ich bin die Schwester Rebecca aus der Marianischen Gemeinschaft Oase des Friedens und ich denke, dieser Kongress ist eine wunderbare Gelegenheit, um der Mutter Gottes zu danken für diese Gnadenzeit, die sie uns geschenkt hat. So bleiben wir fest verbunden im Geist von Medjugorje und im Gebet. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Auf ein baldiges Wiedersehen.